Willkommen zu noch einer Edition von EAST TV. Heute, heute jage ich Nashörner. Was heißt ich jage die? Aber Martin ist ein guter Tourguide und der will uns jetzt zeigen, wo wir hier langlaufen. Deswegen kann ich auch nicht so laut reden, weil Nashörner sind sehr aggressiv. Wenn man natürlich dann sehr nah rankommt und die einen hören oder riechen, nicht so cool. Das Ding ist, es ist gar nicht so einfach so Nashorn zu fütten. Wir sind jetzt seit heute Morgen um ungefähr viertel nach sechs schon am Fahren. Jetzt haben wir schon halb elf. Jetzt sind wir so vier Stunden rumgefahren, um überhaupt Spuren zu finden vom Nashörner. Das haben wir hier gefunden und jetzt laufen wir hinterher. Irgendwo da grün, hat Martin gerade gesagt. Aber weil der Wind von da kommt, müssen wir erst einmal ganz rumlaufen, dass wir nicht mit dem Wind stehen. Sonst riecht uns das Nashorn sofort, rennt entweder weg oder wenn es ein kleines dabei ist. Wie achtet es uns? Nur Martin ist so schnell. Der läuft, ist ein alter Mann und der läuft, der läuft. Das Nashorn gehört zu den Wegpfeifen. Das heißt, die aufgefährlichsten Tiere in Afrika. Und das sind Löwen, Leoparden, Elefanten und Öffel. Schön, und ich hoffe jetzt zu meiner der Gipfel fälligsten Tiere in Afrika. Und das ist richtig großartig. Hallo? Ich kann jetzt nicht reden, Mann. Ich bin... Ja, ich rufe dich später zurück. Ich glaube gerade in der Nashorn. Ja, ich habe die Samba. Das ist der Drobbe. Das ist der Drobbe. Sie sehen, es ist sehr frisch. Das bedeutet, dass es ungefähr 10 Minuten Zeit dauert. Normalerweise, nach der Drobbe, werden sie sie immer wieder aufsprautieren, um ihre Territorialen zu marken. Ah, okay. Okay. Also das ist ganz, ganz frische Nashornkacke. Und was es macht, wie du sehen kannst, ist es noch richtig... Ich sehe das noch richtig frisch. Richtig nass ist das noch. Und was es macht, ist, das kackt hier hin. Äh, Kot, oder ich weiß nicht, wie man das normal sagt. Und dann mit den Füßen kann man sehen, ob das so links und rechts das verteilt, damit das sein Gebiet abgrenzen kann. Und das ist... Martin, let's go. Sötschen. Nass uns. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Es tut sich nah. Was natürlich wieder so typisch ist, wenn dies durch den Busch geht, sieht er seine besten Laufschuhe an. Check mal hier meine Laufschuhe, das ist eigentlich meine Partyschule. Es ist der Name, Hans Otto, aber wir normalerweise schaden ihn, und dann haben wir ihn H.O. Also, das heißt Hans Otto, ja? So, das ist der größte Male, die wir heute haben. Aber er schaut uns, ja? Ja, er hat es, ja. Aber er hat keine Laufschuhe, deswegen ist er nicht sicher. So, was passiert ist, wenn sie etwas hören, sie versuchen, in dieser Richtung zu sehen, was es ist. Aber es ist nicht so. Der Wind ist still okay, es bläht von der Hano. Der Wind ist in 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 der Hano. Und dann gehen die weg. Aber nur die Puffadders, die liegen auch am Boden. Okay. Und wenn du drauf stehst, dann kannst du die B. Und so ein Loch, was ist das für ein Loch hier, dieses Loch? Eine Sahne von einem Skorpion. Ein Skorpion? Ja, vielleicht von einem Skorpion. Aber das ist ein altes, oder was? Ein altes Loch. Ich kann Schlange mit der Hand fangen, ja. Mit der Hand fangen? Mit der Hand, ja. Weil ich dachte, du hast den Stock da wegen der Schlange, dass du den festest. Wenn die geftig ist. Aber wenn die nicht geftig ist... Fängst du mit der Hand? Mit der Hand fangen die. Yes! Ne? Ja. Guck, wenn ihr durch die Stadt läuft und eure Area da kennt, so, ne? Das ist Martin seine Area. Wenn der hier rumläuft, der kennt die. Der fängt eine Schlange. So wie ihr einen Starbucks Kaffee kaufen könnt, innerhalb zwei Minuten, weil ihr eure Tricks kennt. So kennt Martin seine Tricks, um eine Schlange zu fangen. He he he. Lecker, man. Und hier sind meine zwei anderen Boys. Und in dieser August hätte ich das Nashorn nie gefunden. Das ist Mr. Barman. Mr. Barman. Mr. Barman. Und ich lösche nicht, dass es wirklich sein Name ist. Der geilste Name, den ich hier gehört habe. Barman. Und das hier ist Niklas. Niklas. Danke für die Fans. Was die zwei Jungs gerade gemacht haben, die sind richtig nah ran, um zu gucken, was für ein Nashorn das ist. Weil die machen keine Tags dran, so wie in anderen Parks. Sondern hier laufen die Nashorn da rum. Die sind jetzt Scars, ne? Scars or whatever. Also nur Narben von Fights. Ein bisschen Sachen. Nice. Danke, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Barman. Kannst du mir auch etwas lieber in der Bar machen? Ha 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 ha. Das war EAST TV heute. Das Nashorn ist ein bisschen weiter weggelaufen. Danke, dass ihr reingecheckt habt. Ich habe mich in Danger gepackt, aber ich habe mich nicht unsafe gefühlt, weil meine Boys waren überall mit mir. Und ja, bis zur nächsten Woche bei EAST TV. Yes. Ja. 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 Ja.